Herzlich willkommen auf dem Hessentakt 2017. Willkommen im Pavillon des Handwerks mit Radiobob und dem Handwerk, der Wirtschaftsmacht von nebenan. So, in fünf Minuten ist die Fahrerbesprechung im Set. So, in fünf Minuten ist die Fahrerbesprechung im Set. So, in fünf Minuten ist die Fahrerbesprechung im Set. So, in fünf Minuten ist die Fahrerbesprechung im Set. So, in fünf Minuten ist die Fahrerbesprechung im Set. So, in fünf Minuten ist die Fahrerbesprechung im Set.